Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Dump und zwar wurde es in den Kommis gewollt und zwar ist es Rerange of the Sunfish und ich habe dieses Spiel gestartet und ich glaube mein Gehirn ist jetzt tot So viel Dummheit kann euch auf einmal geschehen Ja, ich habe auf jeden Fall nie viel gesehen da ich nur versucht habe, ob Fraps funktioniert aber es hat erstmal nicht funktioniert jetzt habe ich es endlich zum Laufen gebracht, dass ich meinen Screen Capturen kann und jetzt kann ich auch das Spiel aufnehmen Und ja Leute Wer zur Hölle kam auf die Idee so ein Spiel zu programmieren die Zeit darin zu verwenden Ich habe keine Ahnung Ich verstehe es nicht Was ich auf jeden Fall erstmal sagen will jetzt bevor wir starten der Sound jetzt am Anfang wird ziemlich laut sein Also werdet ihr mich am Anfang nicht hören Ich hoffe, dass es dann, wenn das Spiel anfängt, nicht mehr ganz so laut ist oder ob man dann die Lautstärke ändern kann Aber wir steigen gleich ein und schauen dann mal ob es leiser geht oder ob man mich dann verstehen kann Also dann fangen wir an Ich sage dazu nur What the fuck Ja, ich sage dazu nur Wir sind die Sonne. Was ist das für eine Grafik? Was muss man überhaupt machen? Ähm, und ist das ein Penis da auf der Seite? Was ist das für ein Penis? Fruit Leaver, move down. You fell down a hole and went... Huh? What? Are you ready to take on the Sunfish? No, I'm not ready. I'm too much a wimp. Please let me go home. How's cake sound? It's on the house. I can't take on the Sunfish because I'm a whiner. Yes, I do believe I have the courage, the constitution and the strength. How about a game of chess instead? I'm not often to bridry. Yes, I believe. You don't look ready to me and try buying a hat from the item store and then equipping it. Okay, you worthless one. What? What the fuck? What the fuck? Huh? Huh? What? The minds teach you how to fly. Press space while in the air to fly. Enter, continue. Aha, wo muss ich jetzt hin? Hä? WHAAAAAAAT WHAAAAAT Ich weiß nicht mehr, was da steht. Po... Po... Pogladontasaurus... Acha Mhahaha! Was muss ich jetzt machen? Leute! Was habt ihr mir angetan? Hä? Ich glaube, ich muss was trinken. Hä? WTF?! Wie komme ich die ganze Zeit hin und her?! Das ist doch Schwachsinn! Hä? Was soll das überhaupt darstellen? Was soll ich mir angetan? Hä? 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 WTF?! Hä? Korreakt! Yeah! That bump on the head cost you to forget the flying skill, thankfully you just recently found a flamethrower! Thrower? Falsch geschrieben! Press base to fire fire! With your new found weapon, you are set of eager to defeat the ebu Sunfish! Zahnfuß! Collect all the hearts to progress further. Punch... On the Hitler Party. I don't know what I can do. What? What the hell? I can shoot rainbows. How beautiful. And now? You just got an intense craving for dirt. You need to eat dirt in order to save the human race. What are the errors in there? Yeah. Our last hope. Everything counts on you and your dirt eating. Thank you, space. Please, please save us. Go, dirt man! Okay. Yeah, I would... Dion! 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 Fress, 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 fress! Dion! Fress, 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 fress! Dion! Fress, 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 fress! Tastes, fress, fress! Well done! You so thought that dirt a lesson or two. And on the top of that is tasted fucking sweet. Way to go, dude! Hello, this is your keyboard speaking. You can call me Glenda. I got so lonely. I get so lonely. You don't know what it's like. I have feelings. I have needs. Someone. Sometimes. I just want some love. Listen. You need me. And I need you. Just do me this little favor. Stroke me. Yeah, gerne doch, du kleines Mistvieh. Rub space bar. Roll my teeth, roll my teeth, roll my teeth. Touch me. Touch me. Yes, 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 yes. Hahaha! 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 Ich befriedige meine Tastatur! Hahaha! Yes, 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 yes! Party! Hammer! Hammer! Yeah! You have no shoulder. You have no shoulder. Ah, wie lange braucht denn der? Karin Turbomot Du bist ja auch. Fuck. Du bist ja auch. Du bist ja auch. Ja, hatte ich ja auch. What were we made of? Water. What the? Huh? Huh? What the? Was ist gerade mein Ziel? Was muss ich... Na gut, was ich will... My name is Xpitch. I want to help you. I am a trained doctor. I swear to god, I can sort out your problems. But first I need your trust. Do you believe me? Nein? Wie kann ich nein sagen? Ah. Ja. Oh. Welcome to... Oh, ich weiß, wie ist das schon gar nicht mehr. Ich glaube, der, der das programmiert hat, hat Drogen genommen. Ich glaube, der, der das programmiert hat, hat Drogen genommen. WTF? WTF? Was muss ich jetzt machen? Ah, ich muss mit meiner Maus flinken. Hahahaha. Hahaha Möchte ich die F-Fack nennen oder was? Oh was ist das? Hier bist du Framesprobleme Alter Schwede, was geht denn jetzt ab? Ach soo Woah Alter Ok das liegt am Spiel Ok da müssen wir durch Ach man Was ist das? Was ist das? Ich bin später tot Ja ist gut Hm Und jetzt? Oh Was ich den Erstechen mit dem Strahl Oh Woah Alter die Framesprobleme Fuck Wieso habt ihr das vorgeschlagen? Wieso habe ich diese Reihe überhaupt gestartet? Aber ne ohne Scheiße Schickt mir weiter so Scheiße Und falls ihr irgendwelche Schlechten Spiele habt die Also ich weiß es kommt ein bisschen Scheiße Wenn ich sag ja ich spiele nur die Spiele Die ihr mir schenkt Also ich spiele normal das Spiele auch Aber ich meine jetzt für die Reihe jetzt Aber ja Es wird jetzt zum Beispiel für sowas kein Geld ausgeben Auch wenn es free to play ist Also wenn ihr selber das Spiele wollt Könnt ihr sowas runterladen Wahrscheinlich noch mit 10.000 Viren Roll Oh das ist ein Picard Ist mir das ein Nazi der ein Picard durchgemacht hat What the fuck muss ich machen What the fuck Da wird man nicht so schlecht in Spiel gesehen Da wird man nicht so schlecht in Spiel gesehen Ob das hat man nie so schlecht in Spiel gesehen Was das tut mir da Alter Schwede. Ha, stimmt. Oh mein Gott. Oh, das wird noch schlimmer. Ja, wir können doch mal die Augenflame neu gestalten. Ja, was muss ich denn mal verstehen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist jetzt? Collect. RENN! RENN, kleines. ZACK! WTF? WTF? Irgendwie bewegt sich das Spiel nur wenn man irgendetwas macht. WTF? 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 UFO Invasion. WTF? Oh, jetzt haben wir noch mal. Pff, das kam unerwartet. Das war's für heute. Bitte. Ähm, also... Ich hab irgendwie nichts getan... Also gerade alles abgebrochen, da hab ich neu gestartet. Beziehungsweise die Aufnahme neu gestartet und plötzlich bin ich hier gelandet. So we meet at last, Dr. Bob! Bobby spielt? Ja, kann gut sein. Haha, not so fast! Oh mein Gott... Was wohl jetzt passiert? Da hat er gefunden... So you thought you could stop me? Na klar! Da ist so ries'n Schädel hinter dir... Warum soll ich nicht... This is my latest creation... The Cybersunfish... Aha... Was macht das Cybersunfish? Hallo? Was macht das Cybersunfish? Together with the Sunfish... I shall rule the world! Mein Gott... Hahaha... Hahaha... Ja gut... Jetzt haben wir die... Evil... Professor Lache... Jetzt lass mich dich töten! Where have you gone? No one will be able to stop me! Komm... Werd überfahren von deinem eigenen Panzer! Ich find das so cool! Ich find das so cool! Das wäre so'n gelungener Abschluss! Ja! Alter! Ich kann so die Zukunft hervorzünden! Liegt wahrscheinlich am Flo-Mars... Flo-Mars Fruit Farm! We no longer require your help, Dr. Bob! Yeeeah... Dr. Bob... Duh-duh-duh-duh... Duh-duh-duh-duh-duh... Dr. Bob! Oh, later on... As for you, I will be here with you myself. Wenn der Cyber-Diskuss wird, kann man nicht wirklich spielen machen. Also ausweiten und versuchen die Trams auszugleichen. Aber ihr seht ja, auch Free-to-Play-Spiele werden in diese Kategorie reingenommen, wenn sie mega schlecht sind. Ne, die werden auch so reingenommen. Wir müssen nur posten. Ich hoffe der Sound ist irgendwie nicht zu schlimm. Ich finde es auch mega schlimm und die Geräte die ganze Zeit. Ja, wie gut. Wie kann ich dich jetzt hören? Ich glaube nicht. Ach, ich habe die Träte. Ja. Ja. Oh, ich habe die Idee. Ich glaube ich habe es. Komm schon. Ah, jetzt ist es weg. Nein! Ah, fuck. Was ist denn der Wunderschlag? Nein, nein, nein. Ich glaube, muss er nicht drauf rein, ey. Das ist doch nicht auf mein Leben. Oh Gott. Ich fange mich auf. Hey, wie komme ich da jetzt noch rein? Ich war die Idee. Oh, komm schon. Lass mich doch einfach gewinnen. Ich will endlich den Zympter-Unterschutz. Hoffentlich ist das Ende. Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Das ist aber echt das mieseste Spiel, was ich je gespielt habe. Oh, was soll ich denn? Nein! 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 Was? Nein! Ich hab ihn fast verletzt. Oh, ich hab die ganze Zeit fast gedrückt. Boah, hab ich die ganze Zeit fast gedrückt gemacht. Nein! Jawohl! Nein! Komm schon! Nein! Nein! Zu kurz vor dem Ende! Zu kurz vor dem Ende! Komm, komm, komm! Ich hab ihn, ich hab ihn! Nein! Dann komm! Nein! Es ist Trump! Nein! Hier! Die St bitcoinon! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Endlich vorbei! Endlich vorbei! Alter, was hast du mir eingebrockt? Oh, hier kommt noch was. With the destruction of their leader, Cyber Sunfish, the Sunfish were forced to flee back to their home planet Xenitro, Po, Xipo, Co, bla 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 in the abduxing Nebula 9-7 light years away. The invasion has been thwarted and the human race can continue to compilate freely without Sunfish interference. You have made a good job, press enter to quit. Und endlich Sinn! Also, vielen Dank Loboti Let's Play oder Loboti LP für den Vorschlag. Es war lustig, auch wenn es total das Mindfuck-Spiel ist. Falls ihr andere Spiele auf Lager habt, die ihr mir entweder kaufen wollt oder zeigen wollt, mit Free-to-Play. Gebt auf jeden Fall nicht zu viel Geld für diese Schallspiele aus, falls ihr was kaufen wolltet. Aber Free-to-Play-Spiele nehme ich auch an. Das ist auch ein Free-to-Play-Link. Ich werde dann einen Link in die Description machen, falls ihr auch diesen Mindfuck durchlaufen wollt. Und wie immer, ich hoffe ihr hattet Spaß, verbreitet uns Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.